Die Gegner spielen wie Bots und schon Bin ich fast tot und ihr seid tot Wir leben jetzt alles noch Ja, ich? Ja Und 3 gegen 4 jetzt? 3 Bisschen umschreibtisch Oh, das bringt hier nichts Hier auch nicht Oh man, klauen die immer mir das Ace oder was? Los, Michi Unter mir, der ist unter mir, soweit ich weiß Ach, schon wieder du, Michi Du klaust mir immer das Ace Ja, irgendwer muss das ja machen Noch ne Drohne 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 Hä? Nein, weil er weiter links war Also, ich dachte, man kann da nicht durchschießen Nee, ich weiß nicht Hab ich dir das Ace um 2 Kills geklaut? Ja, echt ey Michi, ich nehm es trotzdem auf Ich bin da und gut War nie weg Danke Hab den oberen umgebracht, es war... Kein Kein Ace, Chris Nee Dafür hab ich auch gar nicht so schlecht geschossen Ich hab keinen Ace verdient Ja, die haben ja gar nicht... Bei jeder Fußspur hat er die Möglichkeit Die haben ja gar nicht die Dropper-Rainforce, die sind kacke Ist das hier im Keller, oder? Ja, ist das unten im Keller Auspack Und, siehst du denn schon das Ziel? Oh, bist du jetzt echt runtergefallen? Ja, ich bin runtergefallen Nein, der weiß genau dann, wo der Gegner ist GTF Anscheinend weiß der genau, wo der Gegner ist Oh, ich hab bringt da auch einen... Achtung, ich werfe Granat rein, Achtung Aber da ist eigentlich keiner drin, oder? I don't know Ich schick ne Drohne runter Nach links nicht, nein Oh, der Gang ist clear, ne? Direkt danach, da Okay Ich komm runter Die Gegner sind aber auch Danke, danke Aua Äh, rechts in diesem kleinen Mini-Raum Ihr wisst, wo ich mein Ja, ja Okay, mich herz schon Ab Gerade eben in der Verdeckung zu nachts Da ist einer Wo? Boah, markiert Okay Fein umgebracht Da ist auch wahrscheinlich einer Da ist auf jeden Fall noch einer Hallo 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 Fein getötet So Das war mit Tanja Da wollte ich Irgendwas mit Zigarrenlaunch eben gesagt Ich war aber grad am Telefon, leider Ich meine, du hattest mal Zigarrenlaunch gesagt, aber es heißt aber Cocktaillaunch War das nicht die Zigarren? Ach ne, das ist der Raum, der Zigarrenlaunch Ja, sorry Sorry Ich wollte nur noch sagen, für später Für... Die vielleicht später zur Verwirrung führen könnten Man weiß es ja nicht Wo, 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 wo Unten Treppe, äh Ja Die Treppe habe ich jetzt mit der Echo Ich höre Bring den nur um, töte das, du musst ehrlich Jaaaa Das war jetzt aber auch knapp So, wer hat mir jetzt eigentlich den letzten Kill geklaut? Ich weiß nicht Unser Random auch nicht Der hatte auch sechs Freude Ich auch nicht Stefan warst du glaub ich auch nicht, oder? Ich bestimmt nicht, nein Tim Ich hab mir meinen Kill sehr verdient Nein Ich glaub ich warst echt nicht Tim Nee, ich warst echt nicht Das war Michi Michi? Ich hab echt keinen Kill gemacht Ich war ganz Zeit nur Echo Drohne Wirklich Geh mal komplett weg, wenn das dann in Ordnung ist Dann kann ich die Ist weg, ist weg Danke Ich mach auf hinter euch, passt auf Mute umgebracht Geht auf Das hab ich nicht wegbekommen Weiß nicht, vielleicht geht's auf Nee Warte, ich hab noch meine Drohne Warte Ich hab noch meine Drohne, warte Äh, Film ist zerstört worden Äh, Dennis, von oben musst du aufpassen Ist offen Danke Du musst von oben aufpassen Da ist direkt, passt auf, direkt dahinter Äh, Küche ist anderer, ne? Ja Wir haben aber nicht mehr... Fünf, die wir gefunden haben Dankeschön Ich hab den Ja Ja Einer drin Hab ihn Bin Letzter Kapi Bash Bash Hau rück Sie ist ja noch Hab sie Ja Da ist einer drin gewesen Sicher hat der jetzt schon aufgemacht Wo ist der... Ach da! Das war dumm von der Die hat der aufgemacht, ne? Tatsächlich Rechts Richtig hab ich Also rechts Hab den schon Die machst du ein bisschen größer Ich kann da nicht so gut durchgucken Kann man damit die Fenster aufmachen? Die von Mira? Direkt Ah, okay Ah, das drückt das zweite Ist der schon offen? Ja Jetzt hab ich's offen gemacht, glaub ich Ja Ja Da ist einer Rot Das rechts Einer, rechts Angehendet Wohin? Der ist, äh Gott, das ist jetzt Auf jeden Fall Nach links rüber Wenn man geradeaus Schwing rein Schwing rein Oh Er hat noch 30 Links Da war links Da war auch einer Schön Ja, Emil Also 30 Oh Nein Ich wollte grad springen Und was macht Mario? Oh Unter dem Raum Fuck Ich balle hier nur die ganze Zeit gegen einen Frostfallen, ne? Frostfallen Alter Ich hab's dir nicht vergeben Die war so ganz offen, ne? Die liegt da Und da solltest du noch nicht mal reingehen Aber nein Ich hab nur auf die Ecke dahinten gekommen Es schreit sogar noch jemand Frostfall Und da gehst du auch noch rückwärts Gut Egal Akzeptieren wir's einfach Michi, du kannst haben Wenn du willst Ne, nimm du Ey, ich bin mal Kapkan, ich hab nen Elite-Skill Wo gehen wir denn hin? Gehen wir runter? Ne, dann Mira würde ich sagen nicht unten Wenn wir unten gehen, ne, dann brauchen wir es nicht Brauchen wir es nicht, ne? Christian, rede mit mir Mit dir redet niemand mehr Nein, ist alles gut Wir gewinnen jetzt Ich weiß, dass es mega täglich war Aber ich hab nur auf die Ecke schon Ich hab nur auf die Ecke Oh, was für ein Ficker Ohhhh Ist der Piste mit Schaltdämpfer Oder würde ich das Ding wegmachen Ah, kein Schaltdämpfer Dann scheiß doch Komm ich da vorbei? Nein Ich kann dich jetzt mit Messern Okay, versuch mal Ja Einmal Nicht sofort nachladen Bei sowas nie sofort nachladen Ja ich weiß Nevada Zeit. Leider wenig Zeit. Du musst jetzt irgendwie versuchen, das Schütteln zu kommen. Schön. Nachladung jetzt rein. Also ist er jetzt in deiner fucking Drohne. Ich hab keine Ahnung, du musst das irgendwie versuchen. Okay, jetzt. Nein, nein, nein. Guck zur Tür, guck zur Tür. Rückdeckung, Deckung, Deckung. Ich hab ihn besoffen. Schieß. Super. Ich hab ihn immer besoffen erschossen. Geil. Also das hat man zwar in der Killcam überhaupt nicht gesehen, du siehst da völlig unbesoffen aus, aber... Alter, wie bescheuert ist Jekyll? Weißt du? Das war super. Von dir. Aber wie dumm war denn... Also ich stehe schon noch die Vector nehmen. Michi meint, dass diese MP da ziemlich gut ist. Ja, nicht nur die MP. Alter, Junge, Junge, Junge. Es war halt echt hart. Aber wie dumm war bitte Jekyll? Und wo war der denn die ganze Zeit? Der hat die ganze Zeit gedrohnt. Ach, sind nur noch irgendwie... Echt? Droh nicht mal. Ja. Das ist der ganze Zeit mit der Drohne rumgefahren. Ich dachte so... Hey, es war doch klar, dass der oben... Der steht ja für mich markiert, deswegen muss ich ja wo der ist, aber trotzdem. Ja, aber ganz am Ende muss er doch helfen. Ja, schon. Du hattest nur noch 7 HP, das war viel zu knapp. Junge, Alter, ich war nicht halb besoffen, die ganze Zeit. Aufpassen, aufpassen. Die haben unten gerade aufgemacht. Ob der ja? Oder wo? Da wurde gedrohnt. Wo haben die unten gerade aufgemacht? Äh, hier ist ähm... Bei der Küche, das Fenster. Äh, die Tür, das... Küche, das... Die Tür. Okay, tot. Bergpack, tot. Ich bin fast dauernd. So, es weitergeht. Lol. Hau. Von wo? Unten. Irgendwie hat die mich gekillt. Ich hab sie so hart verletzt, wohl. Dritter killen. Stimmt. Slash. Hau. Unten aus dem Raubildjard, oder wie der heißt. Alles. Nein, wo war der denn? Nur noch einer, ist nur noch einer. Alles gut. Slash hat... ...n bisschen hart gelitten. Irgendwo ist immer... Okay. Drei kills und es ist ein Assist. Leute. So, sie hat ihr Fenster wieder hier. Ist noch zu. Und es ist kein Strom drauf. Hat eben schon eine geworfen. Ich mach's mal wieder auf. Irgendwo ist gemutet. Aber wo? Wenn ne... Ich... Wenn ich den schwarzen Spiegel aufmache... Hau. Bin down. Einer ist im Arbeitsraum. Hier ist zwei im Bad. Das geil ist, wenn du so ein bisschen über den schwarzen Spiegel machst, ne? Mit die Bahnen. Auf. Holt. Ist der Arbeitsraum. Okay, gut. Danke. Keine Ahnung. Ich find geil, dass der schwarze Spiegel auch kaputt geht, wenn du nur da drüber oder da drunter kaputt machst. Einer ist noch hinten durch. Draußen. Draußen. Unter dir. Geholt. Ich bin rot. Ich hasse diese... Arbeitsraum immer noch. Der scannt dich, glaub ich, Chris. Ja, der hat dich gescannt. Im Arbeitsraum. Der Kult. Nein! Bistole. What? Was war das denn? Kult. Kult ist Arbeitsraum. Immer noch. Puls geht runter. Seh ich nicht mehr. Ich seh keinen Puls mehr. Keine Ahnung, wo er ist. What the fuck? Der Puls ist wieder Arbeitsraum. Die mehr wieder nachladen. Ja. Ich brauch gerade noch Präsen. Das ist ein geiles Hähnchen. Träiler. Eine Minute. Ja, ja, ich brauch gerade mal Ausschuss. Ich brauch kurz eine Minute. Alter, was entdeckt mich hier die ganze Zeit? Da hinten. Hult ist irgendwo auf dem Flur direkt vor. Moment, ich kann gerade nicht schießen. Ich bin gerade, äh... Hinter dir. Du fucking Lacker. Keine Ahnung, wo der ist. Fuck mich nicht ab. Lass mich nicht los. Halbe Minute. Du bist in den Hotel. Ich bin stolz. Hunde. Ne, wir haben es. Champs. Ich bin stolz. Warte mal, das war ein Ace, oder? Das war ein fucking Ace. Ja, das war ein Ace. Ich erwisch die alle und bin dann so verpeilt, um den fucking Kemp zu erwischen. Das ist so echt ein Dramm. Warte, 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 warte. Alter, dass ich den grad unten überlegt hab. Und jetzt der vom Fenster war richtig lang. Habt ihr mal gesehen, wir drei haben gecabelt. Alle drei. Ja, natürlich. Er hat gecabelt. Und ich jem hier vor mich.